Ach Leute, liebt es nicht einfach auch, mit den guten alten Iron Man unter der Brücke zum Chillen. Ja, hi Iron Man! Und damit willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal. Ich denke 44. Folge, 43. Nämlich, Leute, habe ich sehr viel zum zeigen. Nämlich hat es vorigen Samstag, also ich denke vor zwei Tagen, vor drei Tagen, hat es hier einen Live-Stream gegeben von Minecraft Apollo. Unbedingt rechts oben beim i hier auschecken. Und genau, da ist es relativ viel hier gegeben. Und relativ viel Neuerungen. Und in der Folge haben wir das ultimative Schwertig gezogen. Und wir waren unten beim Wissenschaftler und da war der Göttertester. Und ich habe keine Ahnung, was da abging. Ihr habt da geschrieben, der Ding Skowli ist Zargroß. Deswegen gehen wir auch nachher zu dem Wissenschaftler. Au! Böse! Genau, hier ist noch der gute alte Iron Man hier. Der ist auch im Live-Stream hier entstanden, weil das war hier eine Quest. Genau, nämlich habe ich hier eine Neuerung. Im Live-Stream habe ich hier gehabt Spender. Weil die ganzen Spenden, die hier reingekommen sind, wurden hier aufgeschrieben. Jetzt wird hier aufgeschrieben, die ganzen Cooler-Kaktus- und Team-Kaktus-Mitglieder. Falls ihr Mitglieder werdet und Cooler-Kaktus- oder Team-Kaktus werdet, also Mitglied, Stufe 3 oder 2, dann wird hier aufgeschrieben. Zum Beispiel ist Leuven-LPXD, das ist nämlich NZ-Samtam, auch auf Discord. Chaos-Johnny44 und Rudy-HD55 sind nämlich drei Hashtag-Team-Kaktus-Mitglieder, also Stufe 3-Mitglieder. Und das ist King of Dark-HD, Crafter-Pro und Alt-Strike-HD sind natürlich 5-Euro-Mitglieder, beziehungsweise Cooler-Kaktus-Mitglieder, also zur zweiten Stufe. Genau, und dann gibt es hier auch noch richtig viel Neues. Zum einen habe ich hier, ähm, habe ich hier, äh, genau, ein Poppy. Da wollte ich nicht mit einer Rose probieren, weil es geht ja nämlich, Iron Man zu schenken, weil, äh, es geht nämlich, wenn man eine Rose zum, äh, Eisengolem hier hinhält, dass irgendwann vielleicht die Rose zurückhält, denke ich. Ich glaube, ich muss es im nächsten Livestream vielleicht probieren. Jetzt geht es gerade nicht. Äh, genau, und wir haben, äh, hier neun Rosen, ja, und hier haben wir irgendwo noch, also neun, äh, Crystal Flowers, ja. Das haben wir noch irgendwo hier, genau, eine haben wir noch drinnen, und weil ich habe nämlich Offscreen hier gesammelt, weil das war richtig schwer, man findet einfach richtig schwer in der Mine nur. Äh, genau, und nämlich haben wir die Besten, sammeln 10 Crystal Flowers jetzt, und, yo, mei, wir kriegen 5 Runebox, ja. Äh, so, bam, 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 äh, so, und richtig viel Geld. Wir haben schon richtig viel Geld wieder, gell, und wir haben letzte Folge hier, äh, wie viel haben wir geklappt, äh, wie viel haben wir, äh, Dings? Ich glaube, 54, genau, 54, äh, Chunks haben wir geklappt, im Livestream sogar. Und, äh, genau, mal schauen. Äh, hallo? Äh, 185 Chunks, äh, geklappt. Wer hat, warte, warte, wir wurden 4 oder 5 Chunks entklappt. Wurde mal Casino entklappt, muss ich einmal entklappen direkt. 1, 2, 3, 4, ich glaube, wir wurden noch 4 entklappt. Oder 5, ne, 4. Leute, glaubt ihr, der, äh, Floß in Shop hat irgendwer was gekauft, und hat bei mir entklappt, denkt ihr das? 1, 2, 3, 4. Hey, ich hatte irgendwas mit 90, oder? 1, 2, 3, 4. Äh, mal schauen. Das heißt, wir haben jetzt nur mehr, äh, 50 Chunks. Ich schreibe mal schnell auf. 50 Chunks, jomei, 50 Chunks. So, bam, bam, bam. Julian, was ist denn Goldie? Gutes, äh, gutes, äh, gutes, altes Goldie hier. So, Fanpaket. Warte mal. Kannst du schon wieder ein neues Wort? Äh, ja, wie gesagt, äh, apropos Fanpaket. Ihr könnt hier an die Adresse hier gerade das Video stoppen. Und könnt an die Adresse hier eine, äh, praktisch Fanpost hinschicken. Ein Geschenk oder einfach irgendein Fanart, ähm, was ihr gezeichnet habt. Ja, von Goldie. Äh, das ist mir schon wieder reingepackt. Warte mal. Bedrock? Und Toast? Goldie, woher hast du Bedrock? Oh mein Gott, Leute. Wie Bedrock können wir, warte mal. Package. Bedrock. Oh, okay. Woher auch, du, äh, woher du auch immer Bedrock hast. Warte mal, Bedrock. So, wir könnten, Leute, schreibt jetzt mal genau jetzt in die Kommentare, äh, was wir Bedrock alles anstellen können. Weil Bedrock könnte man zum Beispiel über Kisten bauen oder so. Oder einfach Eingänge zubauen, Phantoms oder so. Äh, aber, Leute, richtig cool. Äh, 5 Rutenbox, genau so. Nicht wollten wir heute wieder ein paar Gwastery Linus machen? Jo, bei. So, und, äh, ich leise schon mal noch meinen. Aber, ich denke mal, warte mal Glatzkopf. Hä? Hm? Oh nein, ich stehe schon wieder. Böse Glatzkopf. Bleib stehen. Böse. Äh, Glatzkopf, okay. Woher, woher kommst du her? Worum bist du hier? Woher kommst du her? Hm? Was denn? Äh, warte mal, ich, äh, Goldie. Au, böse. Ich glaube, du kannst keine ganzen Wörter schreiben. Hm? 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 Okay. Äh, hm. Also, du findest das Haus wahrscheinlich sehr toll und so. Äh, hm. Glatzkopf, wie schnell ist denn der, bitte? So schnell bin ich hier nicht mit dem Henk, leider. Warte, wo ist er hin? Bitte. So wie ein, oh. Böse Goldie. Hm? Warte, wo ist er hin? Äh, hallo? Okay, ich glaube, ich lasse mal hier rumrennen oder so. Äh, alles klar, anscheinend haben wir einen neuen Mitbewohner namens Glatzkopf anscheinend. Woher man denn jetzt hin ist. Äh, genau. Und nämlich wollte ich hier auch noch zeigen. Äh, nämlich habe ich hier jetzt im Web-Display, habe ich mir einen Account gemacht. Auch im Lightroom schon. Dass ich hier im Discord bin, ja. Nämlich, äh, hab, er hat mein Account hier vorbei. Äh, und ich bin jetzt gerade im Discord. Ich kann mal schreiben. Vielleicht sind Leute online. Äh, weil ich kann mal schreiben. Äh, so. So. Hallo, äh, Discord-Welt. Äh, diese Nachricht kommt aus der Welt. Ähm, ab, äh, Apollo. So, johmei. Äh, ich glaube, die Leute wissen sogar, denke ich, dass johmei ich bin. Hallo, Discord-Welt, diese Nachricht kommt aus der Welt. Apollo, mal schauen. Jetzt sehe ich mich gerade live hier. Also, alles live. Und Cheap schreibt johmei. Alles klar. Electric Keyboard schreibt ja. Das ist wirklich live. Äh, Leute, frage ich mich, warum ich so spät aufnehme. Äh, lol, hallo, Welt. Ladekabel rettet. Ja, das denke ich mir auch hier. Was gibt's denn neues? Äh, Fragen, wie gesagt, ihr könnt hier, ähm, äh, auf meinen Discord schauen. Wie gesagt, zweiter Link in der Beschreibung, ja. Äh, auf meinen Discord. Äh, äh, Gott, dankeschön. Äh, hi, Vader, Apollo. Lol, hi, Welt. Ja, Ladekabel, alles klar. Ich kann den Emote posten. Nämlich gibt's ja auch einen neuen Emote. Ich weiß nicht, ob man... Warte mal, so. Äh, nee, ist er falsch. Und Cheap postet den Emote. Gerade, wie ich sagt, zufällig. Äh, ich geb's hier einen neuen Emote. So, also, wie gesagt, zweiter Link in der Beschreibung. Alles klar. Äh, ja, ja, ich geh aber lieber hier wieder weiter. Und... Oh, das ist ihn gefangen. Oh nein. Äh, oh nein, er rennt schon wieder. Äh, She... Äh, Dings. Äh, Goldie. Okay, ich glaub, er ist weg. Äh, Goldie, komm mal mit. Äh, nämlich hab ich hier was richtig cooles zum zeigen. Und ich bin schon wieder Dings hier. Ähm, genau. Komm mal mit hier, Goldie. Äh, genau. Und ich hab hier auch einen Pick-O-Rang hier gecraftet. Wie ich gesagt, Flo hat auch einen Pick-O-Rang. Äh, und hier bist du. Ja, du kannst mal hier, warte mal... Kannst mal hier irgendwie... Kann ich dich einlisten oder so. Äh, alles klar. Ich hab dir gesagt, ich soll mir einen Pick-O-Rang craften. Der ist einfach zehnmal... Oh, hier hab ich grad was abgebaut. Der ist einfach zehnmal leichter zum Benutzen und alles. Und, äh, genau. Wie könnte ich den... Oh, hier ist es schon wieder. Äh, kann ich den irgendwie entchanten? Den Pick-O-Rang-O-Ridino. Pick-O-Rang, Pick-O-Rang. Display-Pick-Burst. Den auch von Flo. Fire-Respect. Äh, Power-5. Hab ich hier irgendwelche, äh, Pick-Ax-Dings? Äh, hm. Ja, hm. Denk ich mir auch. Hm, warte mal. Äh, Control-Share. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was das hier alles ist. Teleport. Sweeping-Edge. Thorns, äh, Projector-Bum-Bum-Bum. Genau, ich glaub, ich mach mal Unbreaking drauf, falls das möglich ist. Geht das? Äh, ich mach Labis-Lazuri. Leute, ihr wisst ihr was? Das machen wir, glaub ich, in einer anderen Folge. Äh. Oh nein, das ist so schnell. Äh, so, ich glaub, ich würd mal hier runtergehen. Und in Lightstream haben wir auch hier die ganzen Blöcke hier gemacht, so. Ich hab in Lightstream die ganzen, äh, Runestone, Run of Power und so gemacht. Und ich hab gesagt, Flo hat auch ein Portal oder so. Können wir vielleicht mal schauen und Flo fragen, wie der das macht oder so. Ähm. Alles klar, ich wollt jetzt noch mal runtergehen hier und, äh. Nein, springen nicht hier runter. Oh nein. Äh. Wollte ich mal, äh, schauen. Und ich hab hier eine Akupolis für Zeus gebaut, was ich demnächst auch nächste Folge zeig. Äh, so. Nämlich, äh. Geh ich mal zum Spawner-Redino und hier, äh, Bakti-Wild. Wieder, schon wieder, Junmei. Ähm. So. Bam, bam, bam. Ich kann mich schon wieder Chunks, äh, claimen. Und ich hab gesagt, ich soll unbedingt zu Flo's Shopping gehen, ja. Ich wollte einen neuen Shop, war ich im Nice und dort, äh, hatte ich einen neuen Shop. Nämlich, den Plus-Vier-Karten-Shop, ja. Aua. Bisschen Goldi. Nämlich kann man hier, ähm, hier kannst du vier Chunks billiger entclaimen lassen. Oh, ich hab gar nicht gewusst. Chunk-Master. Das mal, lol. 100 Dollar statt 160 Dollar entkommt nur jetzt. Okay. Äh, wir machen eigentlich kein Geld mit dem Shop. Ich werde auch nicht bezahlt. Alles klar. Äh, ja, dann schauen wir mal rein. Hier ist Plus-Vier-Karte. Äh, ich will mal entclaimen bei Julian. Warte, äh, hier ist es ein bisschen drüber. Ich will mal entclaimen bei Izzy, ich will mal entclaimen bei Tobes. Und bei Tobes kostet weniger, haben wir auch in Lightroom schon, äh, herausgefunden hier. Und ich will mal entclaimen bei Julian. Ja, ich könnte... Stimmt. In Lightroom haben wir nämlich auch gesagt... Oh nein, Böse. Oh, oh. Goalie, Böse. Oh nein. Goalie, Böse. Nicht töten. Oh nein. Goalie, Böse. Oh nein, ich komm nicht mehr raus. Goalie? Pass auf, dass du nicht irgendwie stirbt, okay? Äh, ja. Warte mal. Ich glaub das Feuer... Jetzt weg. Böse, lass ihn... Lass ihn sterben. Lass mich der Claim-Master. Äh, Goalie, ich glaub, wir hauen einfach mal ab. Und hier fliegt immer noch die Brücke bei Floor. Äh, genau. Ne, ich wollte mir jetzt auch noch schauen, dass wir vielleicht, wie gesagt, was enclaimen. Und ich wollte hier auch noch was zeigen. Oh. Er hat mich gerade geschlagen. Böse, Goalie. Ne, ich wollte hier auch noch euch fragen. Ähm, eigentlich kann ich hier einen Dings, äh, 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 einen neuen Shop machen. Äh, beziehungsweise auch, weil Floor hat den, äh, Plus-4-Shop. Ich könnte eventuell einen Shop machen mit, äh, Böse, Goalie. Mit, ähm, einen Reverse-Karten. Weil es gibt ja bei uns eine Plus-4-Karte, wo man vier Karten aufnehmen muss. Und es gibt den Reverse-Karten, also, wo praktisch, ähm, der andere herankommt in der Reihe. Ähm, ich könnte halt da so einen Shop machen, wo praktisch, wo praktisch mein Gott einen Troll an einem anderen macht oder so. Man kann das kaufen. Und, äh, ja, genau. Ich wollte schauen, ob irgendwer bei meinem Casino war. Ich war eigentlich beim Livestream schon drinnen. Ne, es war ja noch keiner beim Casino. Ähm, da haben wir wieder, äh, ich glaub 120 Dollar oder so eingenommen. Alright, äh, ja, das ist mein Casino. Äh, hm. Ja, das ist, äh, mein Casino, ja. Aber es ist nicht so, äh, empfehlenswert zu spielen, weil es, äh, gut. Es ist empfehlenswert, ja. Oh, okay. Äh, ja, dann geh ich mal wieder raus. Nämlich, wollte ich hier auch noch, ähm, was zeigen. So, ähm. Nämlich, bei meinem Shop wollte ich auch schauen. Hier bei meinem Kugelkopf. Bei meinem Kugelkopf. Mein Kopf hier hat irgendwer was gekauft. Für Floor hat die letztens eingekauft, ja. Und ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, was hier, äh, ich für noch Shops, äh, was noch für Shops ich bauen soll hier. Äh, genau. Ich wollte jetzt noch ein paar Chunks claimen hier. Äh, ja, Tatsache. Wir wurden vier Chunks abgezogen, okay. Das heißt, äh, wie viel Geld habe ich jetzt gerade? Äh, ba-ba-ba-bam. Wie viel Geld habe ich? 490 Dollar. Schau mal, was gibt es denn hier noch für Questry Dinos? Äh, was ich noch machen kann? Äh, ba-ba-ba-bam. Äh, das Event, dem Apollo-Eventail. Der Schüler. Ledigend weiterer Quest von dem Gott. Äh, Skiller. Erreiche Level 30 in einen Skill. Ich denke, das habe ich noch nicht. War der I? Ja, genau, I. Ähm, 22 bin ich gerade im Höchsten. Aber, alles gut, okay. Was gibt es denn noch für Questry Dinos? Wir haben in den Leistung noch richtig viele Gedings. Äh, baue eine Disco. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Freizeit. Öffne einen Schnitzel aus. Das kann ich vielleicht demnächst auch in den nächsten Leistung machen. Redstone. Konstruiere etwas mit Gravisand. Ich weiß halt immer noch nicht genau, was ich da, äh, machen soll. Errichtet die 2-Sakopolis. Die habe ich mittlerweile, äh, errichtet, ja. Ähm, aber ich, äh, sage ich sie jedem nicht. So. Äh, lol. Okay, ich habe gedacht, kurz, äh, es werden 8 Totems. Weil, sind es doch noch 3? Äh, so, ba-ba-ba-bam. Äh, Wallets. Äh, Goldie, Böse. Also, lass den Eingang in Ruhe, ja. Ich würde sagen, nächste Folge, denke ich. Ähm, nächste Folge wird das ultimative Unboxing. Das heißt, äh, oder übernächste Folge. Ich glaube, wir haben noch nicht so viele Totems. Also, lass übernächste Folge, äh, ein Unboxing machen, okay? Also, lass unbedingt ein Like hier da, für mehr Unboxings. So wie vorige Folge. Äh, Doppelfalle. Stimmt. Äh, portst du mal mit einem Spielspieler, einem anderen Spieler eine Falle. Aber ich muss generell. Schreibt mal, äh, eure Fallen Ideen hier in die Kommentare, dass ich, äh, Tipps bekomme, ja. Äh, nämlich habe ich keine Ahnung, was ich, wie ich Toops oder Easy oder so, äh, demnächst trollen, ähm, wie ich die trollen kann. Äh, was gibt's noch? Photoshop, Redstoner, Fischmeister, Hexer, äh, verzaubert und komplette Rüstung. Stimmt, muss ich auch noch machen. Zauberer, verzaubert, äh, äh, bau mal 10 Crystal Orb. Stimmt. Das muss ich in den Dings demnächst machen. Und genau, im Livestream haben wir auch noch Supermeiner. Fast abgeschlossen, nämlich haben wir 41 Diamanten hier, ähm, äh, abgebaut. Äh, genau. Werbespot gibt's auch noch. Frauentausch, Domenzial. Und ich denke, sonst, Legende. Ne, es ist ein Kreme hier. Wie viele Chunks bräuchte ich? Bis jetzt 300 Chunks. Weiß ich, wo, mit 600 Dollar. Ich kann mal hier claimen. Und ich weiß nicht, soll ich mein Gebiet, äh, äh, anclaimen? Weil ich bei Toops war. Und ich glaube, ich claim mal ein paar, ich claim ein paar Mal, äh, Leute. Ich hab euch ein Nice Stream hier auch noch, wollte ich sagen, dass ich ein Nice Stream gesagt habe, dass ich, äh, 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 bei Toops praktisch so ein Troll machen will demnächst. Äh, nicht will ich bei Toops ein Troll machen, dass ich Toops hier einfach sein komplettes Gebiet umclaime. Nachher, äh, Toops den ganzen Chunks entclaime, weil es nämlich eine Quest und, dass ich die ganzen Chunks wieder, ähm, claime. Das heißt, bei Toops kostet es nachher, ich glaube, 40, nicht 60 Dollar, glaube ich, dass er wieder einen Chunk von sich hat. Also, es ist richtig viel und Toops hat, glaube ich, generell nicht so viel, äh, Geld hier. Äh, so, ich glaube, ich claim mal die 400 Dollar, was ich hier habe. Gehe ich mal alles hier rein und claim mal ein paar Mal. Äh, bei Toops eins, zwei, drei, vier. Ja, ich glaube, das war es hier. Das heißt, Flo hat irgendwie Dings hier. Oh nein, Change. Äh, oh nein. 40 Dollar, äh, oh nein, habe ich jetzt 40 Dollar, warte mal. Ich habe 690 gehabt. 690. Oh nein, 40 Dollar sind hier drinnen. Äh, okay, ich schreibe mal hier Flo ne, äh, ne Dings hier, ein Brief. Und der Typ ist immer noch da. Ähm, ich schreibe mal Flo den Brief, dass ich hier 40 Dollar bis in den Shop reingegeben habe. Äh, Read, warte mal. Äh, da, 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 da. Äh, Justine Kausfall 45. Äh, Subjekt, äh, was kann man hier rein schreiben? Ähm, Subjekt, äh, ich habe, ha, ähm, wichtig. Mit richtig vielen Rufzeichen. Äh, hey, äh, hey, äh, hey Flo. Äh, ich habe, ich habe, äh, um 400 Dollar, äh, bei dir, äh, entclaimen gekauft. Ähm, äh, gekauft, im Shop. Äh, da ich aber 400 Dollar, äh, genau rein gehauen habe, ähm, äh, ist immer, äh, sind, sind immer noch, immer noch 40 Dollar drinnen. Äh, wäre, äh, wäre nett von dir, wenn du mir die mit dem nächsten, den nächsten, äh, Brief zurückgibst. Zurück, heißt, so, nächste Seite, äh, zurückgibst. Punkt, so, äh, Julian. Alright. Warte, hier, hier, hier noch, warte. PS, habe viermal bei Tobes gekauft. So, gekauft und saubt. Äh, nachher noch so ein Ding, Strich und Julian, so. So, das heißt, send und, sehr successfully send, der E-Mail took raus, wo vor die vor. Äh, so, nämlich wollte ich jetzt noch, zu meinem Villager, wollte ich schon sagen, zu dem Villager hier gehen. Nämlich hat der Villager hier, äh, ne, ich wollte hier beim Villager nochmal nachschauen. Wie gesagt, er hat beim, er hat seine, er, er hat seine, er hat seine Dach geschraubt, also bei seiner, ähm, Maschine hier, er hat wieder weiter geschraubt. Anscheinend. Ja, Goalie, komm mal hier mit. Ähm, so, dann gehe ich mal zum Villager. Ich bin jetzt hier mit den guten alten Goalie, bei dem Wiesenschuftler. Jo, my, warte, golly, komm mal hier rein Da ist er schon Hi, Mr. Wissenschaftler Mr. Detektiv Wissenschaftler Hallo Julian, hi, Wissenschaftler Ich frage mich, was hier Okay, die Maschine ist hier zugebaut Ja, es gibt ein neues hier Weil du hast gesagt, ich habe es dem letzten Mal an der Maschine rumgeschraubt, wie gesagt Ja, du hast dich rumgeschraubt, komm mal mit Alles klar Okay, so, bam, bam Ah, okay Da vorne ist irgendein extra Raum oder so Ähm, okay Also ein paar Kabel mehr und solche Lichter oder so Und, äh, ja Ich habe nur ein paar Kabel hinzugefügt, ja, wie gesagt Und den Prozessor ausgewechselt Das Teil hat einen Prozessor Alles klar Ähm, ein Prozessor Okay, es sollte jetzt eigentlich alles funktionieren Die Folge War ja auch irgendwie das Dings Nee, oder war das vorige Folge? Doch, es war vorige Folge War irgendwie Goldi oder Da war die Sinkgott erschienen Aber nachher wieder weg oder so Der hat gemeint, das war so ein Dings hier Ähm, alles klar Ähm, so Also hast du ein Schaf wieder dabei? Äh, ja, habe ich Äh, doch, Goldi Also Test, ja, folgendes Mal ist auch nichts passiert Goldi Komm Boot, Boot, Boot Du kriegst ein Leckerli Komm, komm, komm Boot, 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 Boot Boot, 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 Boot So viel Blöcken oder blauen Blöcken Äh, geh hier drauf Okay Äh, das heißt Ich denke Ich kann den Club drücken Ist noch eine Kamera drinnen Ähm Schaf wird höchstwahrscheinlich geschält sein Äh Ja, das 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 wächst eh nach, ja Äh, das macht ihr nicht so Oder? Nee, nee Ich glaube, das Nein, Goldi Doch, das passt schon Ja Du hast hier auch schon mal geschält Also wird das irgendwie Also schältst du dich wieder ein Oder ich weiß selber nicht Ähm Alles klar Ich denke Also auf ein neues Ich denke, ich kann die Maschine einschalten Ähm Alles klar Also auf ein neues Äh, denke ich Dann stehe ich mal die Maschine ein Dritten Kopf eine Maschine zu starten Okay So Goldi macht's breit Äh Nicht bewegen Oh nein Gott, hat's erst startet Person 0,2,3, 0,1 Animal Goldi Okay Nein, es ist ja 100% Complete Äh Complete Complete God Sheep Alles klar Also Okay Goldi Äh Alles klar Warte So, wie gesagt Äh Alles klar Ich glaube, ich denke Goldi ist jetzt einfach geschehen Oder so Ich liebe diese Maschine Ja, äh Die Maschine ist echt toll, gell Alles klar Okay, warte Komm mal hier raus Äh, Goldi Putt, putt, putt Es passiert schon nichts Komm, Goldi Putt, 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 putt Ich probiere mal Andere lieben Wissen da reinzustecken Ja, probiere das mal Am besten nicht tobst Oder so Komm mit, Goldi Putt, putt, putt So, Goldi Äh, wir lassen den Wissenschaftler lieber alleine Und, äh Ja, so Äh, tschüss Wissenschaftler Und bis zum nächsten Mal Ciao Okay, komm mit, Goldi Äh, Goldi, putt, putt Es ist nichts passiert Alles ist gut Äh, okay Äh, dann lassen wir mal nach Hause gehen So, ich bin jetzt wieder oben Mit den guten alten Iron Man hier Den Wasser Man Den Aqua Man Schon fast hier im Wasser Und, äh Genau Ich wollte jetzt noch was sagen Hier zu den Mitgliedern Äh, wenn ihr Mitglied werden wollt Hier Könnt auch mal ein Discord Hier, wie gesagt Zweiter Link in der Beschreibung Äh, könnt ihr Mitgliedranken hier anfordern Ja, es gibt drei verschiedene Mitgliedränge Äh, also Kaktus Mini Kaktus Cooler Kaktus Und Team Kaktus Ja Also, falls ihr mit der Zeit Und, äh Den Rang auf Discord haben wollt Unbedingt meinen Discord steuern Wie gesagt Äh, Link hier gerade eingeblendet Oder einfach einen Link in der Beschreibung Jo, mai So, äh Hier sind, wie gesagt Die ganzen Mitglieder Und, äh, ja Und ich hab gesehen 60% von euch Haben nicht abonniert, ja Also abonniert jetzt unbedingt Gratis Stell dich in den Account Nachher Äh, habt ihr immer Gratis Dings hier Habt ihr immer Könnt mich immer Gratis abonnieren Unterstützt mich Und ihr erhält immer Benachrichtungen Wenn ihr ein Video Wenn ich ein Video hochredet, ja Ähm So, und ihr könnt bei den Videos liken Und kommentieren, ja Und wenn ihr ein Video kommentiert Dann like ich das Vielleicht und sehe es Und, äh, vielleicht Blende ich es dann in der Folge an Ähm, genau So, ich wollte jetzt nämlich noch schauen Wegen einer neuen Rüstung Das ist vielleicht eine neue Rüstung Also Crafter Und, äh Wo gehe ich die viermal entklemmen Ha, ha, ha Hallo Äh Hallo Oh nein, wer bist du? Ha, ha, ha Wo schaust du mir der Chess? Hallo Äh Warte, wieder unsichtbar Lange war ich, äh War ich in der Seele dieses Tieres Äh Hallo Bist du? Hä, wer, wer, wer Ist er mit Grant? Irgendwann ich nicht erzähle Dass es ein Tier ist Hey Rumpart Poste mir ein Fakling ab Oh nein Böse Hä, wer bist du? Ist das ein Geist? Hä Wo ist sie denn jetzt? Ich habe mich Ich habe mich gequält Dich zu sehen Da vorne ist er Hä Ich kann nicht schlagen Wo ist er? Hier, er hat Dingsboots an Oh nein, jetzt habe ich das Rose Seed hier rausgegeben Hä, wer bist du? Alles klar Lange habe ich mich Äh, was hast du geschrieben? Lange habe ich mich gequält Dich zu sehen Alles klar Hä, und wer bist du? Oder was machst du? Alles klar Nein Nimm den Chess Äh, ich sehe ihn auch Zu Glück bin ich hier endlich raus Hä, warte mal Ist wahr, dass der Gott Wo ihr gesagt habt Dass er in Goldies Körper ist Oder so Äh Was mit dem Enchanted Tales Oder was macht ihr hier? Äh Das Haus sieht sehr gemütlich aus Ja, finde ich auch, gell Aber Wer bist du? Kann ich abschließen? Ne, ich kann einfach nicht Angreifen Ich kann nicht mehr darauf warten Zurückzukehren Ähm Alles klar Hä, und wer bist du jetzt genau? Oder lebst du hier jetzt? Oder was ist mit dir? Nein, ich bin Sauerstab Äh Was ist mit dem? Die Kettenhose Hat die Kettenhose hier? Ja, das hat Tatsache Die Kettenhose einfach von meinen Dicks genommen Ähm Herr, wer bist du? Oh nein, ich 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 Hat die ganzen Fackeln hier zerstört Böse Jetzt habe ich die Fackel falsch platziert Nein Nein Böse Was ist mit dir? Wer bist du? Äh Wer bist du? Wer kommst du? Und warum? Das Haus ist jetzt sehr gemütlicher Zu Glück bin ich hier endlich raus Ich kann nicht mehr darauf warten Zurückzukehren Äh Endlich bin ich früher Äh Leute Hä Ist er jetzt noch da? Oder ist er gerade? Hallo? Leute Irgendwann habe ich das Gefühl jetzt noch da Äh Ich platziere mal die Fackel hier wieder Alles klar Damit würde ich jetzt auch mal sagen Es war es hier für die Folge Versuch mir ein Like und ein Abo da Hier Und aktiviert die Glocke Für mehr Minecraft Apollo Und lasst ein Like da Und äh Abonniert mich unbedingt Für alle die noch nicht abonniert haben 60% von euch Haben mich nicht abonniert 60% Also Falls du genau Und ich bin gerade runtersprungen Äh Falls du genau Noch nicht abonnierst Äh Drücker rechts oben Auf äh Anmelden Erstellt ihr einen Account Geht richtig easy Einfach eine E-Mail angeben Und ein Passwort Und dann Könnt ihr mich abonnieren Und liken Und ihr könnt die Glocke aktivieren Ja Kommentar schreiben Dann sehe ich das vielleicht Also abonniert mich Lasst ein Like in den Abra Und äh Schreibt einen Kommentar Und äh Ich würde mich sagen Lasst ein Like in den Abra Und Ciao 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 Ciao